herzlich willkommen zum heutigen unboxing heute haben wir für euch das phoenix aus der klapse bundle von phoenix aus der klapse alle weiteren informationen zu dieser ip der tracklist und dem bundelinhalt sowie natürlich auch die links zur ip und zum bundle findet ihr wie immer unter diesem video in der video beschreibung phoenix aus der klapse von phoenix aus der klapse das ganze aus dem jahr 2019 wir haben hier mal wieder ein bundle aus dem bereich deutschrap jawohl der name ist der gleiche wie auch die gruppe und zwar phoenix aus der klapse dahinter verbergen sich swiss und ferris mc das duo das bildet gemeinsam phoenix aus der klapse wir haben hier ein bundle bestehend aus der ip einem shirt und einem poster das sind die drei inhalte wir werden die beiden sachen mal kurz zur seite machen und dann das shirt mal aus der folie holen das ganze ist hier irgendwie noch zugeklebt aber jetzt so dann machen das shirt mal zur seite und zwar hatten wir hier noch einen sticker so was lesen wir hier wir haben es hier zu tun mit einem shirt in der größe l es gab das glaube ich damals in verschiedenen größen aber ich glaube m war damals aus deswegen habe ich mich dann für l entschieden ja die weiteren inhalte wie gesagt poster und ep wir starten immer mit der ep mit dem tonträger wir haben hier ein schwarzes digi pack oben lesen wir den weißen schriftzug missglückte welt präsentiert dann lesen wir hier noch phoenix aus der klapse also wie gesagt sowohl der titel ep als auch der interpreten dann haben wir darunter einen verbraucherhinweis abgewandelt und zwar lesen wir hier nicht wie normal üblich parental advisory explicit content sondern wir lesen hier parental advisory krank links und dann lesen wir hier noch missglückte welt und dann steht noch was kleiner darunter das ist sehr schwer zu lesen ich glaube wenn ich es richtig an sie fress steht hier darunter noch links versifft plus asozial okay das ist das cover wir haben hier den sogenannten phoenix aus der klapse der auch ziemlich danach aussieht also wir haben hier einen phoenix der hier in einer zwangsjagd gesteckt der hier festgemacht wurde dann darüber drei pentagramme hier unten das feuer das an diesem phoenix scheinbar gerade zehrt und dann lesen wir noch die 13 und die 23 die buchstabe im alphabet also der 13 buchstabe das m der 23 buchstabe das w kurz form von missglückte welt ja hier auf der seite geht das ganze dann weiter phoenix aus der klapse mw 013 also die katalog nummer und auf der rückseite sieht das ganze so aus wir haben hier einerseits mal die tracklist sechs tracks an der zahl ein feature ist mit dabei auf track nummer vier phoenix aus der klapse mit schocki dann haben wir hier die beiden interpreten links ferris rechts swiss aua geht vorbei lesen hier phoenix aus der klapse dann hier wieder verbraucherhinweis barcode und so weiter okay dann würde ich sagen wir werfen mal einen blick ins innenleben das ist das booklet so das ist nochmal das cover und hier geht es dann los mit den lyrics bedeutet jeder einzelne track ist hier wort für wort abgedruckt dann haben wir das wu tang logo etwas verändert dann geht es weiter weitere tracks weitere lyrics wunderbare fotos und hier gibt es dann nochmal ein foto das sich über beide seiten zieht also links haben wir swiss dann hier mittig ferris und rechts schocki mit kaputtem bein im rollstuhl sitzend weitere lyrics weitere lyrics dann nochmal ein foto in schwarz weiß und die credits zu dieser ep also hier sehen wir alle personen die hiermit beteiligt waren gut die tracklist gibt es dann auch noch mal hier beziehungsweise auch noch die website von missglückte welt packen wir das booklet wieder zurück in die stecktasche und kommen zur album zur ep cd die ist hier in schwarz und silber hier lesen wir auch wieder den titel so sieht das aus dahinter schwarz grau gut als nächstes haben wir mit dabei ein poster das wir sehen können weiß ist bedeutet einseitig bedruckt recht groß und das ist dann das motiv des posters also wir erinnern uns dieses foto haben wir auch schon im booklet zu sehen bekommen hier in der mitte wieder ferris mc links swiss der hier gerade scheinbar kartoffeln schält und rechts schocki im rollstuhl ja hier vor einer hütte so sieht das aus und unten rechts lesen wir dann wieder phoenix aus der klapse poster ist einseitig bedruckt im querformat so packen wir wieder zusammen einmal zweimal und dann kommen wir auch schon zum letzten bundle inhalt und zwar haben wir hier das shirt in schwarz und weiß also ein schwarzes shirt mit weißem aufdruck so machen wir es einmal hier auf gut und hier haben wir wieder das cover das wir auch schon gesehen haben also die drei pentagramme dann der zwangsjacken phoenix die 13 und 23 die flammen und dann wieder phoenix aus der klapse ansonsten in schwarz also hier gibt es sonst nichts weiter zu sehen und bei diesem shirt haben wir es zu tun mit einem gilden heavy cotton das ganze ist 100% baumwolle und made in der dominikanischen republik grüße gehen raus wie gesagt größe l die größe konnte man meines wissens damals frei auswählen dann packen wir das shirt wieder zusammen und zum abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen was sich alles in der box befindet einmal in dem bundle befindet einmal das eben gezeigte shirt in der größe l in schwarz und weiß dann haben wir das poster einseitig bedruckt im querformat und natürlich die ep an sich phoenix aus der klapse mit insgesamt sechs tracks und einem feature und die kommen hier in diesem digipack jawohl das alles in diesem wunderbaren bundle phoenix aus der klapse von phoenix aus der klapse mich würde natürlich interessieren was haltet ihr von der ep beziehungsweise beziehungsweise dem bundle schreibt es in die kommentare und wenn die musik feiert falls ihr phoenix aus der klapse unterstützen möchtet dann findet ihr die links dazu unter diesem video in der video beschreibung das war's für heute wir sehen uns beim nächsten video passt auf euch auf ciao